Star FM Hallo, das ist Julia Und das ist Alex von Star FM Die ganze Welt schüttet sich Eiswasser über den Kopf Star FM schüttet Berlin Eis in den Kopf Wir haben ein Star FM Eis, ein Ice Cream extra konzipiert Werden sie ab Montag in vielen Eisfilialen für die Berliner anbieten Ganz Berlin isst Eis und spendet, das ist unser Beitrag Aber nominiert ist natürlich nominiert Und deswegen machen wir auch mit bei der Ice Bucket Challenge Um Aufmerksamkeit zu schaffen für die ALS-Erkrankten Um auch Spenden zu sammeln Insofern danken wir jetzt mal den Nominierungen Ja, danke an Star FM Nürnberg, dass ihr uns nominiert habt Vielen Dank Und danke auch an Jonas für meine Nominierung Und wir nominieren auch Ein paar Rockstars, die definitiv für Menschen falsch stehen Und auch nach wie vor natürlich hier noch mit der Ice Bucket Challenge mitmachen müssen Das wäre Daniel Wirtz, die Beatsteaks und Alec von The Boss House Oh weia, jetzt kommt der Star FM Vollstrecker Oh god, oh god Cool Geld für die Menschen der Welt